Auf jeden Fall sind wir wieder zurück mit Resident Evil 5, nach der kurzen Weltunterbrechung, die 20 Minuten dauerte. Geil. Wer wohnt da? Gut, ich hatte wenige Sachen, man könnte das wissen. Ich habe mir noch ein Stück Zitronencake gegönnt. Okay, dann klaut er mir einfach das Ding. Egal. Du weisst es, ja gut, dann kannst du es haben. Du weisst es. Du weisst es. Ach, das ist eine echte Tür, das ist eine Tür. Und ich habe ja gesehen, dass ich auch hier nichts getan habe. Vor allem das Elektrischockgerät und die Schutzweste. Jetzt haben wir jetzt mal... BAU! Du weisst die Hütten. AU! Da ist der Scheisshut. Da ist doch einer. Ist er tot? Ja. Wir haben das Elektrischockgerät aus dem Grund, um ein bisschen Munition zu sparen. Wir habt ja gesehen in den Anfangskapiteln, wie ich da Munitionsknappheit testen. Und da liegt noch Schöpfe bei Munition. So, hier... Ah! Ah! Oh, ein Gym. Was ist denn ein Gym? Was ist denn ein Gym? Ich habe zwei Hunde hinter mir. Noch mehr. Ich mache das weg. Ich mache das weg. Ich mache das weg. 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, das muss ich daran gewöhnen, wenn ich ihn treffen kann, kann es sein, dass er einen Schockkrieg hat. Ach, kann es sein, Mann. Ja. Das ist ein volles Gerät. Naja. Wenn du den Wunten tot bist. Ich bin müde zu dir. Scheiße, 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 scheiße. Weg, weg, weg. Ich stehe zu dir. Aber jetzt nicht mehr. Wo ist er? Weg, Munster. Es tot. Nee, war noch mehr gef behaved. Ah, das binnenklar er noch. Ach. Ne. Ein neues. Banndor. So habe ich. Freigeschossen. Er ist noch eins. Wir spielen dennoch. Eindlich. Eigentlich ist es ein Schatz. Maschinengewehr-Munition ist ein Schatz. Damit ihr solltet offiziell, Maschinengewehr-Munition ist ein Schatz. Cool. Hier geht's weiter. Achja. I remember. Oh shit. Yeah. Du fährst einfach ohne mich. Ich hol's. Ja. Ich bin alleine losgefahren. Okay. Okay. Ich dachte, ich wäre noch ein Schatz, aber da war einfach nichts mehr. Und ab, runter. Und ab, runter. Achso. Verlaufungsgebiet. Stimmt. Ja. Dann meist Munition. Ich glaube... Das ist jetzt schwer zu entscheiden. Ja. Aber das Selector-Stab noch für... Komp noch. Ah, ich weiss nicht. Wer nimmt jetzt die Lampe? Das ist jetzt die Frage. Schlimm. Ich bin Lampenmann. Böse. Wie viele... Wie viele Kräuter wollen sie einem noch nachschmeissen? Wöse ich nicht. Ich muss jetzt gleich mal eine Liste stellen, wenn ich zu viele Eifens habe, was alles vom Welt hergekommen ist. Was nicht. Oh shit. Oh shit. Da. Ich schleuchte ihn an. Ja. Voll unlogisch. Eigentlich hätte ich auch einen Schlag bekommen sollen. Eigentlich hätten wir alle einen Schlag bekommen sollen. Da oben. Guck mal. Ja. Über uns. Ah. Gut, ich krieg's drum. Guck mal schon mal um. Ah. Ich kann wieder. Mist. Come on, come on. Ich kann dir gar nicht. Hä? Ich muss das Ding noch ablegen. Es kommt jetzt ein bisschen unüberraschend. Hier, ne? Ich muss das malen. Nein, es ist genug geil. Machen. Lagewehrposition. Ja. Blinz, oder? Ja. Ja, die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Vor allem für die Granato-Piecher. Mal schleppen. Okay. Ich habe nämlich ein Gerücht gehört. Ich habe keinen Blinz. Oh shit. Oh shit. Jetzt die Wecklebekeit des Zitatusiers. Wenn sie sterben in. Oh shit. Aua. Meine Lampe! Ah, kackt die noch! Ah. Gut. Nochmal. Ich sehe nichts mehr. Excuse me. Ich geh nicht voran. Aua! Was will der? Hier ist auch noch. Ich geh. Alter! Wirst du eigentlich noch einen grünen? Dann sind wir nicht gefürzt. Fangen wir. Schlange. Da. Psychisch. Oh! Ich hab's reingelaufen. Hast du sie? Nein, noch nicht. Jetzt hab ich sie. Jetzt zeig ich mal. Schmeckt's? Ja. Ach da! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist doch gar nicht schön stark! Oh Gott! Nein, da weiss ich nicht, was man den bekommen hat. Wie viel hast du? Okay. Äh, ich geh nach Kapitel 3. Ja, wir können es halt nicht so realistisch bleiben, wie man es eigentlich wollte. Aber das ist jetzt das realistische, was wirklich war. Ja. Wir müssen es halt mal auswendig, das ist das Problem. Ja. Aber irgendwann gibt es noch einen Gang, den wir gesehen haben. Ach ja, da drüben. Wieso? Wegen was? Hat auch noch ein paar Kisten. Ja. Ja. Come on! So. Äh, das Ei hätte ich gerne... Ach nö. Hat kein Ei gedroppt, glaub ich, oder? Nö. Äh, ich seh keines. Egal. Okay. Okay. So. So. Moment, ich nehme die Lampen und stelle sie in den Gang rein. Das ist, wenn es in den Gang beleuchtet. Ja, was rein mit dir? Kannst du drehen? 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 Ja, ich bin gleich da. Warte, 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 warte. Scheiße, warte, warte, warte. Noch w- noch warten, 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 äh, runter, runter? Weiß ich nicht. Mach runter. Äh. Hat man geschluckt. Äh. Äh. So, er ist sie gegangen? Kannst du es aus dem Spiegel fließen? Ja, bin ich. Ok, weil... Der Kapitel verschwenden gerade Munition. Ich lasse ihn jetzt sterben, ich lasse ihn jetzt sterben. Okay, ich lasse ihn jetzt wieder. Weil, ich verlasse ihn, das ist schwierig. Ich nehme den ZB und der macht alles scheisse. So. Unser B-Zettner soll ich den Raum noch mal neu aufmachen. Ich spiele heute gerade, aber... Wollen wir. Äh, steht da spiel mal neu. Ok. Moment. Auf jeden Fall, bis zu Abi wieder da ist, folgt ein kurzer Cut, bis gleich. So, tut mir leid für den Cut, es gab viel zu viele Probleme. Auf jeden Fall, wir sind wieder zurück. Ok. Wir mussten die Gleichstellung jetzt noch mal machen. Ja. Und ich bin disconnected, aber ich kann noch mal beitreten. Jetzt sind wir beim Kontrollpunkt. Ja. Ja, und jetzt geht's da weiter, wo wir verflieben sind. Wir hoffen, dass wir nicht noch mal rausfliegen. Ja, genau. Ja. Der Stand entspricht jetzt nicht mit dem letzten Stand. Also dafür können wir leider nichts tun, dass es eine höhere Gewalt gibt. Ja. 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 Du kannst dir die Dynamitstangen hinten am Rücken auch abschissen. Das ist da schon mal zu sehen. Aua! Das Kletter, komm mit mir. Oh 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 oh. Holla-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Hände runter, lass mich, Hände runter, lass mich Hände runter! SCHEI-CE! A-oh! Aua! Der Zimmer, der stimmt's nicht ein wenig. Der Zimmer! Was ist das denn? Oh, fuck. Oh, scheisse. Shit. Das hat gut funktioniert. Ich kann mich bewegen. Weiter. So, gut. Nichts upgraden. So, hat super funktioniert. Man braucht nicht so viel höhere Gewalt. Ich will, ich schwingte, ich schwingte uns heute Abend. Alter, jetzt ist doch mal gut. Ne, das lässt sein Gründchen. Nein, 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 nein. Er macht den Speer. Hilfe, ich will hier weg. Ich möchte irgendwo an einer Stelle, wo ich abschissen kann, ohne gestört zu werden. Ohne gross gestört zu werden. Das ist ein Tankergekner, was mich geladen hat. Hast du gerettet? Pass auf. Ja. Ach. Ach. Er ist weg hier. Noch eins. Ich bin nicht auf. Ich blacke zu. Aua. 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 Ach wer. Jetzt wüsst du es doch gleich haben. Ja. Ich glaube es sind nur noch die Scharfschützen da unten. Dynamitbewerden. Ja. Ja. Ich habe irgendwie so einen Delay oder die Gegenstände falsch. Ich habe fünfmal den Kopf getroffen und er hat nicht reagiert. Ach so. Dann hast du auch einen Delay. Hm. Ist das komisch. Doch. Am Ende sind die Gegner weg. Aber wir haben keine Heilung mehr. Ja. Ich habe eine kleine. Hm. Ich habe eine kleine. Okay. Okay. Gut. Ich habe schon mal mein Geld. Hm. Ich habe es noch. Ich habe es noch mal. Ich bin noch nicht mehr. Ich habe es noch. Ich habe eine Versicherung bezahlt. Ich bin leider momentan arbeitsunfähig. Ein paar Jahre. Warte! Aua! Zu viel! Oh, jetzt! So, da kann man es ja auch so, wenn es ein Bot mit einem One-Hit ist. Glaub ich. Oder war das nur Lack? War da, glaube ich, zu angeschlagen, der Kelp. Ja. Ich hasse es, dass sie sich jetzt erst mal veranderen müssen, ne? Ja. Halb. So, wow. Oh, mach gut schon. Interessant. Ich schlage sie da mit dem Elektro-Stabend-Bot. Auch ne geiler Kombi. Ja, ne. Mach schon. Gut. Wir hätten sie eigentlich erst mal Kapitel 3 ab Scheiss drauf. Oh. 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 Oh shit. You think, That's a joke? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Es sieht aus, dass Irving ein Partner hat. Es muss hier etwas, was er nicht wollen wir sehen. Was ist das? Schau mal an das. Das Ölfeld, das ist in den Marschlanden. So. Da, das Snack ist. Da. Nein! Snack. Du Decker holst. Komm, mir kommt ein Lappscher am Terrain. Komm, du kannst es nicht sehen. Snack. Ja, das ist so schön. Ich will nur nachladen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja, du hast mir ja eben keinen Kraut übrig gelassen. Oh, oh, oh. Ja. Was ist das? Wo ist denn das? Ah, da. oh oh gib gibts her weisst du hast das Problem an diesem Sniper gewählt das macht wirklich sehr noch einmal den Freitod du bist nur langgelaufen ich bin beim Geschütz einfach langgelaufen wirklich? im Haus? ja ok es gibt keine mehr dann kann ich das Geschütze wieder verlassen ich weiss es raus und es wird zu kommen ok ich hole dich ab so sollte man auch noch Schätze machen sollen gerade noch Munition wenn man von Teufel spricht da ist noch eins cool da fällt was da fällt was mhm da ist noch mehr da ist noch was da ist noch etwas da ist noch etwas Das war schön. Das war auch dumm für mich. Ich hätte mich auch damit töten können, ist das Problem. Also einer wächst schlau und der andere wächst dumm. Oh Gott, ich habe schon nichts zu werfen sehen. Moment, ich guck mal. Warte, Schatz, nochmal. Ich sehe ihn schon. Ach so, da. Ich habe ihn runtergeschmissen. Ich hatte nur eine Länge aufschissen, dann habe ich gespalten. Was? Alles klar. Yo. Tschüss. Pass auf, du Militwerfer. Kommst du? Ah, was? Okay, ich bin tot. Ohne ... Ohne ... Ohne ... Ohne ... ... weil die Dynamitstangen den Abgrund gestützt ist. Ja, du warst mal voll wild. Ja ... Wir sind da zu. ... Wow ... Ohne ... Ah, nein, nein, nein! Ich weiß noch so ein Typen, ich schmeisse Arsch. Same, glaube ich. Ich muss noch ein anderer. Ah, same. Komm! Nimm sie die Hand! Wir holen noch den Schatz. Hat es auch so ein Dynamit? Nein! Der auch noch. Okay. Ja! Ah! Ach nein, da kommt noch mehr. Gut. Ja! 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 Ja!